Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem kurzen Video möchte ich euch das Zeolith-System eines Geschirrspülers von Bosch Siemens erklären. Dafür habe ich das Zeolith-System mal ausgebaut. Das große Silberne ist der eigentliche Zeolith-Behälter. Hier befindet sich das Zeolith, also dieses Granulat drin, das euer Gerät beim Trocknen unterstützen kann. Hier sehen wir noch die Anschlüsse der Zeolith-Heizung, also des Glasheizkörpers und des Wassersensors. Und dieses weiße Bauteil ist der Lüfter. Der Zeolith-Lüfter selbst läuft in zwei verschiedenen Richtungen. Einmal, um das Zeolith selbst zu trocknen und einmal, um den Trockenvorgang im Gerät zu unterstützen. Da dies während des Spülvorgangs passiert, dass das Zeolith getrocknet wird, ist es auch immer so, dass wenn am Zeolith-System etwas defekt ist, euer Gerät generell nicht heizt. Den Zeolith-Lüfter können wir dann entnehmen, indem wir diese drei Klemmen entfernen. Danach lässt der sich abziehen und ist der Zeolith-Lüfter entfernt, können wir letzten Endes den Glasheizkörper entfernen. Am Glasheizkörper sieht man schon, dass der mal feucht geworden ist. Da gab es mit Sicherheit eine Fehlermeldung. Wenn das alles wieder getrocknet ist, ist das nicht weiter schlimm und er kann auch weiter funktionieren. Wichtig ist nur, dass selbst das Zeolith-Granulat nicht richtig nass wird, denn sonst ist es ohne Wirkung und es lässt sich auch nicht reanimieren.